Die Engländer jetzt. Wabi Khazri. Da könnte jetzt die Chance. Er zieht ab. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Jetzt haben sie hier die Führung. Wahnsinn! Damit konnte man nicht rechnen, Buschi. Wolf, die haben sich reingebissen in dieses Match. Und wenn es einmal läuft, hat man auch als Außenseiter eine Chance. Ja! 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 Ja!